Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Entschuldigung. Ja? Können Sie mir helfen? Ich suche die Baumstraße. Tut mir leid, die kenne ich nicht. Sie ist bei einer sehr großen Schule. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Sie müssen in diese Richtung weiterfahren. Dann rechts abbiegen, bis Sie zu einer großen, befahrenen Straße kommen. Und dann links und immer geradeaus. Also geradeaus, dann rechts, dann links und dann wieder geradeaus, ja? Ja, genau, richtig. Super, danke. Aber fragen Sie besser noch mal jemanden. Ja, einen schönen Tag. Ihnen auch, tschüss. Tschüss. Sie fahren auf der falschen Seite. G sido STürmer, guck mal wieder. Gäste. Gäste! Daru! Du. Gäste. Untertitelung. BR 2018 Herr Müller von der Polizei, Sie sind gerade über die rote Ampel gefahren. Ihren Ausweis bitte. Ich glaube, ich habe meinen Pass nicht dabei. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus der Türkei. Ich wohne aber hier. Ich habe mich verloren. Mein Verfahren... Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung? Ja. Mein Mann ist Deutscher. Deutscher. Haben Sie einen anderen Ausweis dabei? Eventuell einen Führerschein? Sie wissen schon, dass Sie nach sechs Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung machen müssen und Ihren Führerschein umschreiben lassen müssen? Ähm, ich... Ich verstehe nicht. Entschuldigung. Wie lange leben Sie schon hier in Deutschland? Seit zwei Monaten. Zwei Monaten. Sie sind gerade über rot gefahren, richtig? Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist verboten. Ja. Ich weiß, aber... Eine Frau ist... Auch gegangen. Nur weil es eine Frau macht, heißt es noch lange nicht, dass es erlaubt ist. Das wird 100 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg geben. Flensburg? Ja, Sie bekommen einen Strafpunkt. Und eine Klingel haben Sie auch nicht. Klingel? Eine Klingel. Ring, ring. Aber bei der Klingel können wir doch ein Auge zudrücken, oder? Okay. Wissen Sie, es passieren sehr viele Unfälle mit Radfahrern und meistens sind die Fahrradfahrer selbst schuld. Deswegen müssen wir streng sein. Wie ist denn Ihre Adresse, bitte? Ähm, ich wohne in der Baumstraße 25. Also passen Sie auf, das ist ganz einfach. Sie fahren einfach davor und an der zweiten Ampel fahren Sie rechts. Dann kommen Sie direkt in die Baumstraße. Danke. Jetzt brauchst du noch einen schönen Tag. Danke. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Und kaufen Sie sich eine Klingel. потому, dass ich einige Running вполне habe. Jetzt kommen Sie sich vergçensen an. mãoz hanfeln an. Ich würde es ganz von dir empfehlen. Was möchte mich noch accidentally BY bei einemету. Eyster company war es davon. Erinnern